Wackmire's Dance! Auf Gold! 3 Animation Throwdown! Und mit dem Herrn gleich! So! Und so langsamer sich ernähren wir uns der finalen Runde! Ja maaaannn! Besser könnte es doch gar nicht laufen! Hey, das ist mal richtig nice! Die ist Schrott! Spielen die bloß nicht aus! So, hier hätte ich 20! Hier hätte ich den Rodeo-Peter! Und das wäre der Sexualkunde-Peter, der den auch gleich down machen würde! Mache ich das jetzt erst mal! Ich weiß, es wäre die bessere Wahl jetzt gewesen, den Rodeo-Peter zu spielen! Scheiße! Scheiße! Ah, das war nicht gut! Hätte ich doch auch mal! Alter Vater! Oh mein Gott! Das war nicht klug! Das war sehr dumm! Wenn ich das jetzt verliere, bin ich selber schuld! Aber mal sowas von selber schuld! Viel dümmer kann man ja gar nicht spielen, wie ich das jetzt immer gemacht habe! Muss ich jetzt ehrlich so sagen! Das war sowas von selten dümmlich! So was kommt denn hier raus, das wäre die Mini-Putz-Frau! Hm, das geht gar nicht! Und das ist die PQ-Smooth! Dann machen wir die doch! Hey, der flirtende Nachhilfelehrer, der wird immer stärker! Das ist kaum zu glauben, ey! Naja, das dürfte eigentlich... Oh, habe ich gewonnen! Dumm gelaufen! So, das war's! Ey Gott, habe ich bescheuert gespielt! Toll, der James Woods High School! Wie schön! Toll! Jo! Und weiter geht's! Jetzt hatten wir einen Brian im Gewinn-Pool! Oh! Die starke Amy! 24! 26! Und das reicht nicht ganz, um ihn wegzubekommen! Alter! What's that, man? So, jetzt ist die Frage! Das ist der Phantombild-Zeichner! Und beim Stan... Äh... Ich mache... Ne, ich... Hm... Hm... Ich spiele jetzt erstmal hier die Rolle Derby, Hayley. Und danach hole ich mir... Oh, Baby-Quackmeier! Naja... Auch nicht schlecht! Jetzt pushe ich die erstmal... Ja, du kommst jetzt da durch! So, jetzt hätten wir den... Wo? Und dann mache ich hier den... Michael Dengel-Low! Ja, jetzt ist das Ding gewonnen! Ja... Level 21, finde ich... Ist dann schon wieder einfacher als... Äh... Ist das Level 20? Ist genauso... Level 25 fand ich auch einfacher als Level 24! Aber Level 24 muss ich ja auch noch machen! Ich mag nicht! Ich mag überhaupt nicht! Nur Level 24! Da habe ich keinen Bock drauf! So eine Scheiße! End of Ryder wieder! Ne, bis dahin muss ich nochmal wahrscheinlich ein bisschen farmen! Wenn ich den platt mache! Ich fusioniere, was zu fusionieren geht! Und dann mache ich ihn kaputt! Hm... Meine Nerven, ey! Meine Nerven! So... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und jetzt hätte ich... Oh... Jetzt hätte ich echt so gute Chancen gehabt, ne? Gibt es zu gewinnen? Naja... Oh, eine flirtende Nachhilfelehrer! Ja, ist klar! Propane... Ich spiele erstmal die Propane... Danach überlege ich mir, was ich damit weitermache... Ja, das ist schon mal gut gelaufen jetzt hier... So... Das ist die PQ Smooth Peggy mit 12 7-fach Schild... Und dann haben wir die Luise... Das sind die ungeladenen Party Gäste... Und dann haben wir die PQ Smooth Peggy, die ist dann gleich schon mal eine Runde stärker... Ja, läuft doch super! Es läuft doch perfekt eigentlich! Jawoll! Ich bin jetzt erst in Fusel... Jetzt... Down mit der Roller-Derby-Haley! Ah... Jawoll, Mann! Ähm... Ja, Mann! So... Das ist der Sturz-Bedron-Gabin! Das ist der Sturz-Bedron-Gabin! Das ist der Sturz-Bedron-Gabin! Das ist der Sturz-Bedron-Gabin! Bald vorne beim Friben! Ähm... Oh... Das ist jetzt mal kein guter Start bis jetzt... Auch jetzt wiederum kann ich nur mir... Kann ich eigentlich nur hoffen... Ich spiele jetzt mal den Stand zuerst... Okay, das ist mir eigentlich auch so ganz lieb und recht... Ja... Und der macht jetzt gleich den Quackmeyer-Blatt! Das war ja... Das war ja unfassbar! Ja... Ich war... Es ist jetzt nicht... Dann mache ich erst mal so rum... Achtfach-Boxen... Fadda! Flugmaschinen-Stoon... Flugmaschinen-Stoon... Der Weltraum-Spaziergang... Was hat denn eigentlich der da? Na... Zehnfach... Dann machen wir erst mal das hier... Wieder nach dem Motto... Warum soll ich mich mit dem da vorne kloppen... Wenn ich auch so unter Umständen gewinnen kann... Hmm... Hmm... Wollen ich jetzt erstmal den Bob-Jean? Als ich nochmal nach hinten komme... Ja... Und jetzt habe ich es gewonnen... Ja... Das ist der nächste Kampf... Der... Gewonnen ist... Really, really, really nice... Brian's Highest Estate... Mhm... 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 Ja... Man... Wie cool... Jetzt könnte ich sogar mal theoretisch ein Rupert gewinnen... Ich glaube jetzt nicht, dass ich dieses Glück haben werde... Aber... Die Chance besteht... Mhm... Mhm... Ja... Dann fange ich jetzt erstmal so an... Mit dem Roller-Derby-Haley... Dann gucken wir mal... Ja... Soll es sich mit dem Brian da kloppen... Dann spiele ich als nächstes das Gewehr... Autschen... Boah... Zehnfach Boxen... Das ist schon echt kranker Scheiß... Das ist schon echt richtig kranker Scheiß... Oh mein Gott... Aber... Ich kann hier schon nochmal krippeln... Schauen wir mal... Okay... Dann machen wir hier mal den SNMP da hin... Und wieder auf... Du gehst mir jetzt schon wieder tierisch auf die Nerven... Ohne Scheiß... Du kannst nicht jedes Mal auf... Ja... Box mal da hin... Mach das mal so... Oh... Jetzt könnte ich den Denkeraffen sogar mal spielen... Ja... Was machen wir jetzt... Ja... Sehr, sehr geil... Sehr, sehr geil... Äh... Oh... Hier die T9... Ich muss jetzt wenigstens... Äh... Das habe ich jetzt gewonnen... Das reicht... Huuu... Hahahaha... Oh... Und noch eine Werbekiste... Jo... Würde ich mal sagen... Das war es jetzt von dieser Folge... Animation Throwdown... Ich gehe jetzt nochmal in die Arena... Und dann... Am Schluss... Bis dann... Und Tschüss...